So, so, so YouTube, hallo, lo, herzlich willkommen zu Geotastic. Es geht wieder los, drei Runden, unendlich viel Zeit, wir werden irgendwo auf der Welt abgesetzt und müssen herausfinden, wo wir sind und deswegen starten wir rein in Runde 1. Mal gucken, wo es uns heute hinverschlägt. Neuseeland, oder? Sieht sehr nach Neuseeland aus. Sehr weitläufig. Vielleicht auch Australien oder sowas. Wo ist denn die Sonne? Können wir gar nicht richtig ausmachen, nicht? Ich glaube, hier ist die, dieser Dings, das heißt, die Sonne ist genau über uns und dadurch, dass ich sie nicht sehe, wo die Hauptteil der Sonne liegt, kann ich nicht sagen, ob wir nord- oder südlich sind. Ich würde fast sagen, die ist hier, dann wären wir, wäre die im Süden, bedeutet, wir wären im Norden. Interessant. Ich sehe auch nicht, ob wir links- oder rechtsverkehr haben. Hm. Nach Süden oder nach Norden fahren? Oh, nach Norden kommt gar nichts. Nach Norden kommt einfach nichts. Nach Süden? Da haben wir die Chance, dass wenigstens irgendwas kommt. Aber noch nicht viel mehr sehen davon. Aber es ist... Boah. Okay. Ganz leicht im Norden, das heißt, wir sind im Süden. Sind das alles Seerosen? Sieht voll krass aus. Ich glaube, es ist einfach nur Sonnenschattenreflexion, nicht? Das sind keine Blumen. Sieht aus, als ob hier riesige Wellen drauf sind durch die Sonne. Wow. Also hier würde ich gerne mit dem Rad fahren. Was eine Weitsicht. Das mit richtigen Augen sieht tausendmal besser aus, nicht? Als mit einer Kamera aufgenommen. Wir sind auch echt auf einer Hochebene. Wir können in alle Richtungen gucken. Und wir haben gerade einen strahlenden blauen Himmel. Hier ist der höchste Punkt in der Ecke. Das ist natürlich nicht schlecht. Und je höher wir kommen, desto weiter können wir gucken. Beziehungsweise sind unsere eigenen Hügel natürlich im Weg, um weiter zu gucken. Die Größenverhältnisse sind sehr interessant. Ich möchte gerne ein Pferd kaufen. Wie groß darf es denn sein? Drei Kühe groß. Ja. Sind das Ponykühe? Wahrscheinlich sind das Ponykühe. Okay, da kommt ein Auto. Hallo Sir. 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 Ein Truck. Okay, die Straße ist auch sehr lang und da kommt nix. Die exakte Position kann dauern. Bitte lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie während der Fahrt mit Ihrem Busfahrer, Larry Wayne. Wir werden jetzt umherfahren. Und die schöne Gegend uns angucken. Wir haben auf der rechten Seite wunderbare Bauernhöfe mit John Reed Werkzeugen und alten Traktoren von früher. Und auch alten Fahrzeugen und auch alten Fahrzeugen und ich dachte kurz, wir können nicht weiterfahren, aber wir dürfen noch weiterfahren. Ansonsten sehen Sie wenig. Wir haben eine schöne Weitsicht nach allen Richtungen mit Erdhügeln, die teilweise die Sicht versperren. Es ist strahlend blauer Himmel, wechselhaft mit Nebel. Halten Sie sich also fest. Ich würde sagen, wir haben Rechtsverkehr. Ja. Könnte also auch Argentinien oder sowas sein. Irgendein Schild mit Sprache wäre hilfreich. Dann kann ich zumindest den Kontinent eingrenzen. Wäre lustig, wenn jetzt Arabisch kommt. Dann wäre ich raus. Weil die Autos sagen eher Argentinien, die hier so rumstehen. Und auch die Traktoren, nicht? Das sieht jetzt nicht nach neuster Technologie aus. Oder Uruguay oder so. Obwohl, so flach ist es nicht. Obwohl, es ist schon sehr flach. Außer die Stelle, auf der wir gerade sind. Und gelbe Streifen, Kanada, aber Kanada würde im Norden liegen. Uruguay, Argentinien manchmal. Wobei Argentinien andere Seitenstreifen hat, wenn ich mich nicht irre. Obwohl, die sind auch nicht immer hier. Und da kommt ein Schild mit Sprache. Neuseeland und Australien ist die Straße fast zu schlecht, oder? Sail in. Aber das sieht nach Englisch aus. 7164. Doch, das sieht eher nach dann Australien aus. Oder Neuseeland. Wir brauchen noch ein besseres Schild. Okay. Nichtsail ist jetzt kein aussagekräftiges Wort, wo ich mich ins Feuer für werfen würde. Am besten wäre so ein Schild mit einem Känguru drauf, oder so. Dann wissen wir es ganz, ganz sicher. Ich meine, es ist schon ein schöner Ausblick. Aber sehr viele Rinder, Tiere, die am Rand sind. Greifvögel. Wobei ich sagen muss, so viel Greifvögel, wie wir sehen, wenn ich mit dem Rad rumfahre am Sonntag immer. Also Sachsen ist ja wirklich voll das Greifvogelparadies. Muss man ja mal sagen. Ich bin viel im Brandenburg unterwegs gewesen. Aber um Berlin hat man nicht mal annähernd einen Bruchteil von so vielen Raubvögeln gesehen, wie hier in Sachsen. Teilweise ist der ganze Himmel ja voll gewesen. Oder auch da, wo gemäht wurde. Mit den 30, 35 Störchen und sowas ja auch. Auch sehr beeindruckend. Es erinnert mich ein bisschen an die Ecke hier unten. An die Straße hier. Das war Chile, ne? Ah. So von der Wetterlage her doch sehr nass. Fun Fact. Hier unten ist die Passage, wo die meisten Schifffracks liegen, für die dies interessiert. Weil hier alle Strömungen und Ozeane zusammentreffen. und das sorgt für richtig hohe Wellen und früher mussten die Schiffe vor 1912, 20, bevor es den Panama-Kanal gab, alle da unten langfahren und die sind regelmäßig untergegangen. Und deswegen wurde der Panama-Kanal auch gebaut, weil alle zu viele Schiffe verloren haben da unten. Sehr spannend. Nicht für die, die da reingefahren sind. Davon mal abgesehen. Wobei ich glaube, ich lieber auf dem Boot wäre und jetzt herausfilmen würde, wo ich genau bin, als auf dieser langen Straße. Ach, du kriegst die Motten. Ja, wirklich. Das kann ja nur die allerlängste Straße im Nirgendwo sein. Und eigentlich, sowas ist Argentinien oder Australien, nicht? So sehr lange Straßen. Das ermüdet auch. Weil man auch links und rechts nichts zum Gucken hat, nicht? Nicht mal einen Hügel, nicht mal einen Wald. Du hast einfach nur oder ist einfach nur oder ist einfach nur oder ist einfach nur nix. So. Ich glaube, wenn ich in echt Auto fahren würde, nach 20 Minuten würde ich einpennen und hier einfach rüber schießen. So, kennt ihr hier die Schreien 4 auf Achse? Wo sie dann durchs Kornfeld fahren? Ah, genau so fühle ich mich dann. Aber es ist immer noch nicht so depressiv wie, ähm, wo war das? Mongolei oder so oder wo wir waren oder Akatama Hochebene, wo wir wirklich so dicht unter den Wolken gefahren sind und nur Sand und Steine hatten. Es sah aus wie Mond. Also das war wirklich nochmal viel, viel schlimmer. Ja. Ja. Oh, die ersten Schilder. Aber sind so unspezifische. Wir wissen auf jeden Fall die Grundstücksnummern. Oh, 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 da kommt was. Grünes steht. Crest Vient. Okay, ich speichere mir das mal ab. 19 Kilometer nach Crest Vient. Habe ich dazu Lust? Dürfte ich eh nicht lang. Okay. Würde es mir helfen? Wahrscheinlich auch nicht. Oh, war da eine Straßennummer? Bitte. Bitte seine Straßennummer. Die 363 West. Und zwar die Straße mit den drei T-Shirts. ich kenne diese Beschilderung nicht. 363? Also, weder für Australien noch Neuseeland noch Südamerika kenne ich das. Sieht mir fast nach Kanada aus von der Beschriftung. Aber Kanada können wir ausschließen, weil die Sonne ist im naja, im Osten. Leicht im Norden. Also müssten wir eigentlich leicht im Süden sein. Gut, aber er fährt auch sehr, sehr spät. Oder die Sonne ist immer so tief, das könnte erklären, wenn die zu einer gewissen Jahreszeit hier unten langfahren. 363? Können wir mal gucken, ob es hier eine 363 oder sowas gibt. Aber diese drei Airmen da drüber, das sieht so europäisch aus. Hier, da, die haben blaue Dinger. Da muss es doch hier sein. Doch Australien. Wird auch dieses Wind erklären, nicht? Das klang jetzt nicht wirklich nach Argentinien Oh Mann, 74. Das Einzige, was ich ausschließen kann, dass wir mitten in der Stadt sind. So wie beim letzten Mal, wo wir mitten, wo waren wir? Im Perth oder so. Und dann waren wir irgendwie hier. Und ich bin fast durchgedreht, weil ich es nicht gesehen habe. Nicht dieses, wie hieß dieses hier? Forest Field? Nee, äh, Kenwick oder sowas hatten wir. Irgendeiner dieser Orte am Flughafen hier haben wir gehabt. Das habe ich ewig gesucht. Weil ich dachte, das ist ein einzelner Ort und nicht irgendwie ein Stadtteil. Weil es sah auch nicht aus wie ein Stadtteil, weil überall war Wald und sowas. Und dass der Flughafen direkt daneben ist und dass der Wald vom Flughafen ist, um den Flughafen zu schützen oder so ein bisschen. Ähm, ja. Das hätte man ja wissen können, habe ich aber nicht gewusst. Jetzt weiß ich es. Aber bis es das nächste Mal wieder vorkommt, habe ich es wieder vergessen. Haben die irgendeine Logik in ihrem System drin? Dass die 3-6 von der 3-6-3 abgeht oder sowas? Wahrscheinlich nicht. Und die hier unten haben ein anderes Bezeichnungssystem. Die sind raus. Wir können aber auch nicht mitten im Desert sein. Also wir können hier unten sein oder da oben. Viel mehr bleibt nicht, weil sonst hier oben gibt es glaube ich gar keine Straßen. Hier gibt es glaube ich eine Straße. Also hier können wir auch eigentlich abschecken. Okay, hier sind wir nicht. Wobei hier die 36 ist. Das heißt hier haben wir zumindest eine dreistellige, aber die 104 eine braune. Aber wir haben keine 3 vorne. 123 ist da das höchste. Oh Mann. Also wir wissen zumindest 363 West und hier geht es nach Wind oder sowas. Crest Wind. Ich bin unglücklich mit der Gesamtsituation. Oh, wartet mal. Ich vergesse immer, es gibt hier noch Tasmanien. Ah, die haben auch das grüne System. Nicht, dass wir irgendwo hier auf so einem Popel Ding rumhängen und ich suche mich zu Tode und Neuseeland hat rote Bezeichnungen. Genau, die hätten nicht ein blaues Schild dran hängen mit einer 300. Ich habe auch noch nie eine 300 in Neuseeland gesehen. Oh, wir könnten in Neukaledonien sein, aber die haben auch rot, nicht? Einmal, war ich einmal da? Ich war auf einmal auf jeden Fall auf irgendwas komischen und das habe ich nicht gefunden dann. Ich frage es auch, wie weit man ranzoomen muss für die 300 oder steht das vielleicht auch nur an so einer kleinen Straße dran und dann so die ist auch die 300 Ich finde es immer noch für Australien ein bisschen weiß ich nicht. Aber auch die haben das, was wir nicht hinkriegen in Deutschland. Die haben einfach einen Meter rechts Platz gelassen Einfach falls man breiter ist ausweichen muss nicht. Gut hier wird es auch weniger hier sieht es eher aus wie eine deutsche Landstraße nicht. Fällt ab nichts am Rand gemacht Aber die meisten Länder haben rechts und links von der eigentlichen Spur halt noch so eine Ausweich Streifen für Fußgänger Fahrradfahrer weil es halt nicht nur Autofahrer gibt in der Welt aber das wird ja leider oft übersehen und ich frage mich immer noch wie manchmal Leute von Dorf A nach B kommen wenn sie kein Auto hatten früher müssen hier überfahren worden sein wenn es nur eine Bundesstraße zwischen den beiden Orten gibt oder komplett 20 Kilometer drum herum laufen kann ich mir aber nicht vorstellen nicht Menschen nehmen eigentlich immer den direkten Weg ok ich weiß nicht ob Süden so eine gute Idee war wow es steht ein Haus in New Orleans was es gestern noch gar nicht gab oder irgendwie sowas wer würde da wohnen wollen wer wurde da wohnen wollen na irgendjemand nur 500.000 jetzt im Angebot ich sag mal so wenn es da Starlink Internet gibt zum Stream stream aber während ich hier rumfahre könnt ihr liken und abonnieren und mir zugucken, wie ich für euch durch die Wüste juckel oder durch die Prärie. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das hier? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Landschaft hier bezeichnen würdet gerade. Prärie passt schon ganz gut eigentlich, nicht? Es gibt gar keine Bäume. Savanne? Steppel? Was hat eigentlich Ostheim für eine Bezeichnung? Ist das alles Wüste und was sind die Zwischendinger? Steppenlandschaften, oder? Und das wird nachher, wird das so ne kleine Straße sein, die 363 und wir sind hunderte Kilometer auf ihr gefahren. Das ist ein Scheiß-Start-Spot. Wir hatten so gute Runden davor. Oh, es gibt hier auch immer wieder Überflutungszeiten. Old Weiss Hall Road. Okay. Tiere. Was ist das denn? Ist das die Spinne von Wild Wild West? Sieht ja ein bisschen creepy aus. Verfolgt uns das? Kommt das näher? Willst du uns töten? Was bist du? Sieht aus wie eine Krabbe. Mr. Krabs. Oh, können wir das Schild lesen? Wahrscheinlich nicht. Da steht, ach so, Old Woman's House Road. Ja, 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 ja. Old Weiss, nicht Old Woman. Ich vermute, wir fahren irgendwo an der Küste entlang. In irgendeiner Weise. So, dass ich aber nie das Wasser sehe. Da ist auf jeden Fall ein großer See, oder? Das ist doch ein großer See. Im Süden. Okay, es gibt nicht so viele große Seen. Das können wir mal kurz abschecken. Kann auch sein, dass die 1 die 363 ist. Nein. Gut. Nicht, dass die wieder so eine Doppelbezeichnung hat. Ich meine, hier gibt es teilweise halt auch einfach 0 Straßen. Was mich eigentlich schon zu der Annahme bringt, dass wir vielleicht gar nicht hier sind. Ich wüsste nur nicht einen besseren Ort aktuell. Mit den Hinweisen, die wir bisher hatten. Hier ist 259. Das ist wirklich nur die 102. Nicht, dass das hier halt die 363 ist, nicht? Und gar keinen Namen einfach hat. Das könnte schon sein. Hier gehen ständig die Roads weg. Redmond. Hier ist nochmal unser Ding. Win. Win. Crestrin oder sowas. Hier werden sie. 107. Und was bist du? Du bist wirklich auch nur die 95? 233 ist die höchste Zahl, die wir gesehen haben. Könnte aber auch eine Fata Morgana sein da hinten, nicht, weil es zu heiß flimmert. Aber dafür ist es eigentlich zu unförmig. Andererseits weiß ich auch nicht, wie eine Fata Morgana mit Flimmern auf eine 360-Grad- Google-Kamera aufgenommen wird. Es könnte schon sein, dass wir in so einer Senke drin sind, nicht? Wir sind nämlich erst nach Süden und dann konnten wir nur nach Westen. Ich war schon mal irgendwo bei Victoria so gefangen. Hier. Nicht? Da konnten wir nur hier und dann wieder hochfahren. Aber die haben halt B-Routen. Das wäre halt alles andere bezeichnet, anders bezeichnet. So ein Inseln oder so großartig haben die ja auch nicht vorliegen, dass man sagt, man fährt da irgendwie im Kreis oder so. Nicht? Und ich glaube, da werden wir jetzt schon längst einmal rum. Wir haben ja eine sehr große West-Ost-Ausrichtungsstraße und das hier passt irgendwie alles nicht. Kiwi Island hat gar keine Straßen. Tja, Flying Fox. Hermansburg. Und wir müssen ja eigentlich relativ hoch liegen. Aber das reicht schon, wenn wir hier auf sowas halt hochfahren gerade. Dass wir weit gucken können. Eventuell sind wir wirklich auf einer braunen Straße, aber von denen gibt es halt auch nicht unendlich viele, nicht? Aber die haben wenigstens dreistellige Nummern. War eigentlich alle mit zwei. 300 gibt es hier gar nicht wirklich. Welches Land könnte denn noch in Frage kommen? Ja. 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 Neuseeland kann es nicht sein. Die haben keine Straßen mit einer Dreier-Nummer. Norfolk-Insel. Das Mannen hatten wir auch schon. Die haben auch das andere System. Aber nicht, dass es nachher wirklich C-338 ist oder so. Oh, eine schlechte erste Runde. Okay, ich würde sagen, 27 Minuten. Wir fahren noch bis zu dem Horizont da hinten. und wenn wir nichts haben dann, dann drehe ich mal um. Ich habe aber da auch so weit in die Ferne gucken können. Ich glaube, auch da kommt nichts. Also das 363 ist das Beste, was wir haben. So. Jetzt bin ich gespannt, was sich hinter dem Hügel auftut für uns. Wahrscheinlich nur ein weiterer Hügel. So wie die ganze Zeit. Oder das Meer. Meer wäre richtig stark. kann ich erkennen, ist das Wasser? Das ist so unregelmäßig, nicht? Das sieht aus wie Bäume oder so. Okay, wir fahren noch mal bis zu dem Hügel da hinten. Ich würde ja sagen, wir fahren bis zur nächsten Kreuzung, aber es gab noch keine Kreuzung auf dieser Straße, die wirklich eine Kreuzung ist. Die ging südlich und jetzt geht sie westlich, die Straße. Und das hier ist keine Kreuzung. Oh, sie macht mal einen Bogen. Oh, mein Gott. Das hätte ich ja nie gedacht. Ich meine, die Kameraqualität ist auch echt von Kartoffelgüte. Deswegen kann man auch nicht so viel mit der anfangen, nicht? Guck mal, wie weit es da geht. Okay. Ich will aber wissen, was da hinten am Horizont ist. Jetzt geht sie nach Südwesten. Wird auch immer schlechter in die Richtung. Oh, Mann. Also, wenn wir das finden, war das schon eine starke Nummer jetzt. So. Ist ja einfach nur hügelig da hinten. Afrika? Irgendwo in Südafrika vielleicht? Die haben halt auch Englisch, aber selbst dann haben die eine 363. Die haben eigentlich die R-Dinger, die R-Dinger nicht. Ich weiß nicht, dass die jetzt so eine Nummerierung hätten. die Soto hat auch andere Nummern und es war Tini auch. Das würde halt auch nicht passen. Botswana hat auch keine 300er. Und Tansania würde ich, glaube ich, auch erkennen. Das fühlt sich hier nicht nach Tansania an. Ja, Schiel hat keine blauen Dinger. Argentinien hat keine blauen Dinger. Oh, es war ja keine blauen Dinger. Und keiner hätte über 300. So, und die anderen Schilder kennen wir eigentlich auch alle. Ich kenne dieses blaue Schild halt nicht. Ist ein neues Land hinzugekommen? Nicht, dass sowas wie Papua Neuginea oder sowas hinzugekommen ist? Gut, das hätte ein paar mehr Hügel wahrscheinlich. Und ich es einfach deswegen nicht kenne, nicht? Das könnte ja auch sein. Okay, 31,48. Das wird auch nicht klarer, was da hinten ist. Ich glaube, da ist einfach auch wirklich nur eine Ebene wieder, wo es geht einfach immer runter, man fährt zum Hügel, dann geht es wieder weiter runter bis zum nächsten Hügel, dann geht es wieder weiter runter bis zum nächsten Hügel. Gefühlt fährt man hier einfach ins Nix. So matschig sieht das einfach aus. Hä? Jetzt will ich wissen, was das ist. Das muss doch das Meer sein. Komm doch hier jetzt ans Meer. Deswegen sieht es so matschig aus. Ja, es ist das Meer. Okay. Wichtige Erkenntnis. Deswegen kommt das auch nicht dichter. Oder? Ist das ein See? Das ist ein See mit Schilf, nicht? Und da hinten ist das Ufer. Okay. Okay, das ist der See, den wir gesehen haben. Äh. Der muss aber schon mittig, wirklich mittig groß sein dann. Wenn er mich so verwirren kann. Oh Mann. Das auch irgendwas ist auf dem Wasser drauf. Kann das sein? Sieht auf jeden Fall super weird aus hier. Okay, ich speicher das ab. und vielleicht hilft es, wenn wir in die Richtung gehen. In die einzige Straße, die gar keinen Sinn macht. Gefühlt. Das ist die Schellstraße. Okay. hier hübsch mit den kleinen Tümpeln und Seen so, ist es ja erst mal, wenn es nicht trocken Zeit hat. Man hat links einen See, man hat rechts einen See, hier mal ein Häuschen. Oh, hier steht sogar mal was. Nee. Auch nur die Hausnummer. Ääh. Okay. Okay. Und eine Insel kann es nicht sein. Also zumindest keine kleine Insel, nicht? Bei der Größe, wo hier nichts kommt, ist das schon eher Kontinentalgröße. Guck mal, wie lang die Straße geht. Bis da hinten kommt nichts. Absolut nichts kommt da. Aber auch in die andere Richtung kommt einfach nichts. Okay, das wird auf jeden Fall eine zweiteilige Folge. Wir sind schon 35 Minuten hier und haben noch keine blasse Ahnung. Wir haben einen kleinen Dorfnamen, wir haben einen Straßennamen. Oh Mann. Und das ist in Runde eins. Also Runde eins ist heute immer die schwierigste. Okay. Leafy Spurge. Okay. Was ist das? Ein Vogel, nicht? Ich dachte, da fliegt eine Hexe oder sowas. Vogel. Leafy Spurge. Ist das nicht grüner Blumenkohl oder Brokkoli oder Blumenkohl? Crime Watch Area. Bailden. Crime Watch Area. Das hatten wir neulich in Irland. Aber wir sind sicher nicht in Irland. da gab es auch Crime Watch Community. Da wird sofort alles gemeldet, wenn dem was auffällt. Gibt da so irgendwie so einen Verbund von Leuten, die sich da eintragen können, die so was wie Nachbarschaftswache in Leid, sag ich mal. Ja. Das sind sehr verteilte einzelne Wohnleute. Da kommt doch nix hier. Die sind einfach mitten auf dem Feld. Oh, hier hätte ich gern so einen Auto-Modus, nicht? Dass ich einfach jetzt sagen kann wir fahren. Aber ihr seht, wenn ich nur drücke, der kommt manchmal nicht klar. So eine Runde hatten wir lange nicht mehr. Ich meine, ich hab nix dagegen rum zu fahren, aber das hier ist schon hart. Ein harter Startpunkt. Und die werden ja teilweise manuell ausgesucht. Das heißt, das hat jemand absichtlich ausgesucht. Ich meine, wenn man einmal da war und man kriegt nochmal so eine Situation, dann weiß man das nicht. Aber wenn man das erste Mal in sowas hier gerät, dann steht man halt doof da. Richtig cool wäre, wenn jetzt einfach ein Känguru hier rumhüpft. Das wäre hilfreich. Dann könnten wir den Kontinent auf jeden Fall bestimmen. Und weil wir hier so lustig sind, es gibt übrigens noch ein Fun Fact, hier gibt es so eine Grenze, ich glaube, die verläuft irgendwie hier oder so, wo die Tiere auf der Seite nicht auf die Seite gehen, selbst Vögel nicht. da ist irgendwie so eine magische Grenze, die sich früher wegen den Kontinental Verschiebungen da schieben die sich ja da erst zusammen und die Tiere bleiben aber trotzdem auf den Seiten der Kontinente wo sie ursprünglich herkommen. Die fliegen nicht rüber, obwohl die Inseln teilweise nur einen Handschlag entfernt sind und die durchaus auch weit fliegen können oder auch andere Tiere wie weiß nicht Krokodil Arten etc. Die sind alle strikt getrennt an der Grenze. Das ist eine ganz andere Tierwelt. Obwohl es teilweise wirklich fast auf einer Insel ist, wo nur ein kleiner Wassergraben oder sowas im Weg ist, was für Tiere normalerweise kein Problem darstellt, hat sich das über die Millionen einfach so aufgetrennt, dass die da nicht rüber gehen. Verrückt auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, ihr habt heute schon fleißig überall kommentiert, auf Threads, auf Instagram, im neuesten Short und den Short angeguckt. Leben! Und ja, während ich nämlich hier rumfahre, ein Kilometer ahead, irgendwas, was nur ein Kilometer weg ist, ist schon echt cool. Expressway. Hier, RGE Road 2272. Mac. Ja, aber das wird nur ein kleines Dingsie sein. Und von da kommen Autos. Hm. eine Zuglinie. Schon mal wichtig. Also im Osten von uns gibt es eine Zuglinie. Wenn wir das nachher eingrenzen müssen, dann haben wir das zumindest schon mal. Aber wir fahren da noch bis zum Horizont. Dann fahren wir die andere Straße entlang. wenn ich hier merke, hier kommt nix. Also hier wird es auch keine Straßenmarkierung oder sowas weitere geben. Das ist ja super spannend. Vor allem ist es nicht, wenn am Rand jetzt mal was Spannendes zum Gucken wäre, dann wäre das nochmal was anderes. Hier ist ein bisschen Wald oder so. Keine Kennzeichen vorne. Warte mal, der fährt ja an uns vorbei gerade. Okay, wir sind auf jeden Fall Südafrika, Australien oder Neuseeland, weil wir Linksverkehr haben. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Okay, aber steht leider nichts weiter dran. Ich werde mich nachher so ärgern, wenn die 363 einfach so schlecht markiert ist in der Karte. Oh Mann. Was sagt ihr denn zu dieser Gesamtsituation? Oh, da war ein blaues Schild. Ich meine, wir haben immerhin schon mal Straßennamen. Oh, da steht was auf diesem wunderbaren, wunderschönen Schild. Newberry School so SD 410 1835 bis 1962. Okay. Newberry Story. Vielleicht stehen wir hier. Aber das ist eine Taverne, nee. Unsere Straße ginge erst südlich und dann westlich, nicht? Südlich und dann westlich. Das war straight. Das Problem ist, die werden ja alle angezeigt in der Zoom-Grüße. Ich meine, hier gibt es ja nicht so viele Straßen, nicht? Und die hier, die haben halt Namen und keine Bezeichnung. Wir sind ja in einer Ecke, wo wirklich die Straßen aber auch sehr gerade verlaufen. Über hunderte Meter, Kilometer. hier zum Beispiel. Nicht? So eine Ecke. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Newberry. Hier wäre auch ein See, aber hier haben die das andere Straßensystem Halt. Das ist doof. Aber nicht, dass ich wirklich nachher einfach irgendwo diese Straßen die A1 ist auch die 300 oder sowas. Da habe ich echt Angst vor. Ansonsten SD. Was könnte denn SD sein? South South aus? Es gibt halt auch zu viele Orte, Und SD könnte alles heißen. Wenn man es nachher weiß, dann sagt man sich, boah, ach, das heißt SD. Dass ich mir vorstellen könnte, dass wir auch hier sowas lang gefahren sind, aber denn am südlichen Teil nicht, dass das der See ist, in Dänemark, und wir die andere Seite gesehen haben, und ich mich aber wundere, warum das so nach Meer aussieht. Oder auch hier so ein Scheiß. Ich meine, hier ist eine Zuglinie. Willi Young. Oh, ich dachte gerade schon hier, dass es dieses Crest Ying oder wie das hieß. Hier haben wir auch gerade Straßen Napier, aber die heißen, die haben hier ganz klare Bezeichnungen für die Straßen. Und die haben hier einen Namen. Das passt halt einfach so von der Logistik halt gar nicht. Woher kam ich hier kam ich her. Okay. Ja, aber guck mal, wie lang die Straße noch geht. Da kommt doch nichts mehr, oder? Aber ob ich jetzt die Straße lang gehe oder die andere? Oh Mann. Manchmal hasse ich es, dass ich die genaue Position finden will. Das ist einer dieser Momente. Aber ich hätte nicht mal eine Ahnung, in welche Richtung wir gehen können. Watch for children Watch for children Ähm Wir sind mitten im nirgendwo. Ich glaube, ich muss auf alles achten, außer auf Kinder hier. Ja, ich meine, es gibt so eine Erfindung, die nennt sich Zaun. Aber es fühlt sich, Outback hieß es in Australien, jetzt habe ich es. Aber es fühlt sich halt auch nicht richtig nach Outback an, nicht wahr? Dafür ist es ein bisschen zu grün, so. Ich weiß halt nicht, wo so Kornanbaufelder sind in Australien. Ich immer noch nicht denke, dass es Australien noch nicht 100% überzeugt. Bei mir würde halt auch kein links fahrendes riesiges Land mit solchen Straßenlängen einfallen, außer Australien. noch noch eine Zuglinie. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gefahren. Ich komme gleich auf meine Straße. Ich habe extra geguckt. Naja, gut. Weil ich glaube nicht, dass zwei Zuglinien nebeneinander fahren. Was ich auch schon mal gemacht habe, ich bin die ganzen Zuglinien abgegangen. Um dann zu gucken, ob ich was finde. Es muss doch es gibt doch hier Alter, stellt euch mal vor, ihr wohnt hier und müsst zum Einkaufen. Selbst mit dem Auto musst du erstmal 100 Kilometer bis zur nächsten Straße fahren, um dann nochmal 100 Kilometer zum nächsten Ort zu fahren, um dann einzukaufen. Hier musst du echt Selbstversorgung machen, sonst bist du am Arsch. Alter, ich sehe schon zwei Hügel weiter und da ist einfach nix. Aber nach dem Hügel drehen wir um. Dann sind wir 50 Minuten unterwegs. Nicht mal ein Schild, nicht? Irgendwie einfach so ein Werbeplakat, was uns irgendwas hilft oder irgendeine Kennzeichnung an irgendeiner Stelle, die so sagt, welcome to Victoria, welcome to Cranbrook, keine Ahnung. dann ist da ein Schild und dann ändert sich die Kamera bevor man da dran kommt. Ah ne, ok, ist kein Schild, ich dachte das ist ein Schild. So, Hügel. Was hält der Hügel für uns bereit? Wir können raten. Gibt es hinter diesem Hügel weitere Hügel? Gibt es eine riesige Stadt? Oder gibt es einfach nix? Oder ändert die Straße? Genau. Endet die Straße im Nix? Kommt eine Stadt oder kommen weitere Hügel? Und die Antwort lautet es kommen weitere Hügel. Also wir müssen doch die ganze Zeit runter fahren jetzt wieder. So dass ich nie wirklich runter gucken kann. Oder fahren wir leicht hoch sodass ich nicht runter gucken kann. Dann müsste ich ja wenn ich mich jetzt umdrehe wir fahren ein bisschen höher es geht immer wieder runter und hoch das ist einfach echt nix in dieser Ecke nix markantes ist und die schilder die man hat kann man nicht lesen und was ist hinter dem Hügel zwei weitere Hügel okay das Problem ist ich habe ja die andere Straße gespeichert das heißt ich will jetzt auch nicht aufgeben wenn ich jetzt zurück sage zum Start kann ich die Straße nie wieder lang fahren aber die geht ja nur nach Westen also es sind 30 40 Kilometer die nur westlich gehen die andere geht 30 40 Kilometer nur südlich bevor sie nach Westen auch ab so und die haben diese komischen Sachen da ist mein Schild RM Hillsborough Hillsborough ja gut aber wenn ich nicht in der richtigen Ecke bin dann hilft mir das halt auch nicht Hisborough nicht das ist so ein Ortsname der kann überall vorkommen ich wette ganz am Ende sind wir doch hier oben und sind da unten drin oder sowas nicht hier hier sind wirklich Schienen wir gehen wir den Schienen nach wir machen das jetzt mal die n hier einfach okay ja es war ein kurzer Erfolg hier guck mal die sind auch Lake Road sagt nicht dass wir hier wirklich in sowas gerade einfach nur stecken und hier gerade so lang fahren in solchen Sachen wenn wir so dicht an der großen Stadt sind bin ich eh im Arsch und die nicht dran steht hier ach du scheiße hier sind wir oder warbrook das sieht das könnten auch so Ecken sein wo wir sind oh no okay wir können also dichter in Städten sein als ich gedacht hätte muckembora oh ja also der ne der steht das alles sehr eckig eingezäunt aber nicht in unseren ausrichtungen hier ist auch mal kreuz und quer es gibt auch ecken die echt gerade sind shit hier zum beispiel können auf der hier sein oder so süden aber dann geht es nicht nach westen rüber eigentlich können wir überall sein naumbung hillriver wir haben ja nicht mal wirklich ortsnamen außer hillsborough jetzt und irgendwie dieses crest green irgendwie greenrath hornwood exeewing dartmoor 354 ok wir hatten die 353 353 sehen wir haben es nein sagt nicht hier können wir never ever drin sein aber guckt euch mal die sch aber wenn wir hier oben drin sind irgendwo dann dann fresse ich ein besen aber unsere war blau nicht deswegen passt das eigentlich nicht und es fehlen die städten namen die wir gehabt hätten und die schienen aber die 1 ist doch auch doppelt belegt nicht das ist wieder der der scheiß wenn man ranzoomt sieht man dann teilweise dass die zwei nummern oder so haben hier wäre auf jeden fall eine schiene die auch nirgendwo endet ok aber die 353 wäre aber hier ist halt auch keine schiene hier müsste ja eine schiene lang laufen irgendwo wir fahren ja gerade warte mal wir sind von hier gekommen wir fahren ja die ganze zeit auf einer nach westen so das heißt hier ist gar nicht so viel platz dass wir so weit nach westen fahren könnten aber die geht auch nicht nach hier weiter oder ist hier eine 353 ganz ehrlich wenn ich keine idee habe werde ich das hier wählen gleich das passt war nix weil ich habe echt keine ahnung okay auf zu den letzten hügeln und dann fahren wir noch in die andere richtung ah ja ich weiß und das ist nur runde eins aber es hat mich gecatcht ich will jetzt herausfinden wo das ist weil wir stehen noch nicht auf einer geraden straße hätten wir glaube ich nur eine gerade straße hätte ich jetzt schon längst abgebrochen hätte ich es nicht herausgefunden bei 100 kilometern gerade straße ohne straße oder haus links rechts kannst einfach aufhören ach guck mal wie krass westlich ich sehe ein hügel zwei hügel noch mal drei hügel da hinten weiter ja ich breche die folge aber ab